was geht auf youtube heute machen wir eine essensbewertung der ganze spaß putenschnitzel mit pommes dann spaghetti arambiata und hier der geile salat mega geil also wirklich der salat ist so mein Lieblingssalat und dann noch eine geile kalte cola also da wird sich richtig gegönnt so sieht der spaß aus ignoriert mal das hier das ist Müll aber ja man richtig geil 40 euro wie gesagt wieder mal genau und ja mal gucken so sieht das schöne Ding aus da oben drauf war Petersilie aber ich mag jetzt Petersilie nicht so unbedingt ich probiere jetzt mal guten Appetit ja vom Geschmack her richtig gut schön scharf ich lieb es wenn es scharf ist geil zum salat muss ich ja wohl auch nicht sagen hat eigentlich nie enttäuscht bis ich halt da bestellt habe also eigentlich noch nie und hoffentlich bald auch so ist echt gut für 8,50 so eine portion geht klar und natürlich ein budenschnitzel paniert mit bisschen pommes und braunen soße ja man jetzt wird sich richtig geil gegönnt so sieht es aus und ja das war es vom video leute schreibt mir in die kommentare was ihr gerne natürlich bestellt und wie ihr die nudeln findet oder was eure linkblings nudeln sind also ob es carbonara ist arambiata so und so also ich finde arambiata richtig geil aber carbonara ist auch mega krass je nach lust und laune bestelle ich halt mal das mal das und ja das war es vom video leute machts gut und peace